Magisches Schloss! In die Teigwarenabteilung. Hä? Äh, was machen Sie denn da? Na, ich treffe meine Follower ein Video. Haben Sie sich denn von der Geschäftsleitung eine Erlaubnis besorgt? Eine Erlaubnis? Äh, nein. Dann machen Sie bitte die Kamera aus. Nehmen Sie bitte Ihre Hand weg. Ich kann filmen, wo immer ich will. Ich weiß nicht, warum das verboten sein soll. So sind nun mal unsere Regeln. Schalten Sie die Kamera aus. Nein, was soll das? Aus welchem Grund? Äh, unsere andere Kunden könnten sich dadurch gestört fühlen. Ja, in Ordnung. Kann ich jetzt bitte einkaufen? Ja, natürlich. Danke. Na warte, Bürschchen. Aufnahmetaste. Ich werde für euch heimlich weiterfilmen. Jetzt muss ich die Kamera allerdings kurz im Einkaufswagen lassen. Er ist gerade nicht da. Ich kann weiterfilmen. So, meine Lieben. Hier haben wir Waschmittel und Konserven. Oh, die sind ganz schön teuer. Hier haben wir Milch und Eier. Moment kurz. Ah, ich kann weiterfilmen. Also, äh, Eier. Und hier haben wir Wasser. Und zwar aromatisiertes Wasser. Was die sich alles einfallen lassen. Jetzt gehe ich rüber zum Kaffeestand. Mh, 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 mh. In letzter Zeit ist Kaffee ziemlich teuer geworden. Aber den müsst ihr trotzdem probieren. Der ist echt lecker. Mama, ich will aber Schokolade. Nein, nein. Du bekommst keine Schokolade. Schokolade. Hey, hör auf, hier so rumzuschreien. Sorry wegen dem Lärm. Gehen wir in eine andere Abteilung. Jetzt schauen wir uns die Preise in der Gebäckabteilung an. Die haben hier leckere Croissants. Ich brauche noch Brot. Ich will ein Vollkornbrot kaufen. Tommy, Schatz, hilf mir doch mal beim Suchen. Ja, wo haben sie denn das Vollkornbrot? Pass doch auf, Schatz. Ob das hier wohl Schokokroissants sind? Mama, die Frau da fotografiert deinen Popo. Was meinst du? Die haben hier auch Donuts. Aber ich sehe sie leider nicht. Gute Frau, was machen Sie denn da? Ich, äh, versuche die Ware auf dem Tresen zu filmen. So eine Unverschämtheit. Einfach meinen Hintern zu filmen. Nehmen Sie die Kamera weg. Nein, nein. Sie haben das falsch verstanden. Security, Security. Oh nein. Die schon wieder. Das ist alles nur ein großes Missverständnis. Sie filmen ja immer noch. Ich muss sie leider bitten zu gehen. Werfen sie mich etwa raus? Ja, genau. Denn sie stören unsere Kundschaft. Aber ich, das ist ... So eine Unverschämtheit. Lach nicht. Ich muss sie bitten zu gehen. Freunde, ich empfehle euch anderswo einkaufen zu gehen. Sie filmen ja immer noch. Sie filmen ja immer noch. Sie filmen ja immer noch.